Ich bin da für das Krankenhaus, bauen wir hier unten in der Nähe des Friedhofs. Weil warum nicht? So, da geht's rein. 1, 2, 3, 4, 5. Das Ding ist überhaupt nicht symmetrisch so, ne? Ne, das ist ja noch schlimmer. So, dann ist da der Eingang. Was ist das? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Dahin kommt das Krankenhaus, dann haben wir das auch geklärt. Ja, ihr braucht ein bisschen Mietkohle. Ich weiß, die Minam tun nichts anderes, als diese Scheißkohle zu suchen. Guckt euch das doch an, die armen Schweine. Ziehen wir den Gang auch noch durch. Was ist das hier? Das ist keine Kohle. Das ist hier Tetrahydrit. Das haben wir in Massen, ne? Aber Kohle... ...gibt's einfach nicht. Was? Du hörst auf zu essen, weil du von einer Yaku unterbrochen wurdest? Ist die Yaku... Die hören alle auf zu essen, weil da eine Yaku ist. Essen und zu trinken hören sie auf, weil da eine Yaku ist. Moment mal. Wird jetzt eine Yaku da unten in der Küche stehen? Nö, oh, unglaublich viel Fisch. So, A, B, R. Ist jetzt egal, ihr sollt Fische machen. Nein, ah, B, W, F, nein. Ah, H. Auch noch ein Dritten, einfach für deren Autojobs. Wenn ich jetzt zwei Fischern sage, die sollen hier so viel Fisch rumliegen. Hat den Vorteil, dass in der Küche wenigstens was los ist. Dann können wir A, A, R hier auch machen. Was ist denn da? Oh, oh, wir haben ein Trinkproblem. Äh... Wir haben eindeutig ein Trinkproblem. Also, Zwerge haben grundsätzlich ein Trinkproblem, aber... ...das ist bei denen ja normalerweise positiv. Keine Getränke zu haben, ist jedoch negativ. Also, sie können sich jetzt voll fressen. Haben aber nichts zu trinken. Deswegen dehydriert aber unser einer Schmied nicht. Muss ich für den jetzt hier unten schon ein Grab vorbereiten? Wir können ja schon mal unsere Friedhofsgegend hier verlängern. Man weiß ja nie. So. Wir planen im Voraus. Es ist schön, dass jeder seine eigene Gruft kriegt. Wenn schon nicht jeder sein eigenes Schlafzimmer bekommt, dann jedenfalls jeder seine eigene Gruft. Damit sich keiner beschweren kann. Nachher wird das noch alles, äh... ...graviert und dann... ...können sie sich richtig froh fühlen, tot zu sein. Nicht D, 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 B, D. Noch Tür hier rein. Und dann müssen wir doch jetzt hier... ...das war doch so, I, ne? Dann kann man daraus ein Hospital machen. Dann können wir uns angucken, dass hier noch alles Mögliche fehlt, weil die... Ach ja. So, jetzt geht's wieder los. B, Traction Band, Shift R. Wenn wir euch auseinander nehmen oder langstrecken, machen wir das da. Da. Und... ...machen wir einfach so. So, so. Dann braucht ihr noch Tische. Für die, äh... ...und ihr braucht noch Betten. Die haben wir auch. So. Betten. Und dann noch gleich die Kisten. Ah, jetzt hab ich bestimmt wieder keine Kisten, ne? Bestimmt auch wieder nur Beutel. Ne, haben noch welche gebaut. Wie viel mach ich denn jetzt? So, da noch ein Koffer. Und bitte habt noch einen Koffer. Danke. Habt nur noch drei, zwei Koffer. Sehe ich jetzt durch. Auch wenn wir noch nicht genug haben, um die ganzen Koffer jetzt voll zu kriegen. Aber wir haben hier nach wenigstens ein funktionsfähiges Krankenhaus. Damit unser Arzt nach zwei Jahren auch mal was... Okay. Mut. Was suchst du dir? Ach, das ist doch bestimmt wieder... Ne, Claimed Draft Wars Workshop. Der, der hier die ganze Zeit so blinkt, ist wieder unser, genau, unser depressiver Schmied. Ich weiß auch nicht, wie ich die aus dieser Depression holen kann. Das ist, äh... Ein bisschen deprimierend. Wir müssen noch ein paar Coffins, glaube ich, bauen, ne? Haben wir noch genug? BN? Wie viele haben wir denn noch? Ah, da hab ich vorgesorgt. Da hab ich vorgesorgt. Wenn das beim Rest schon nicht klappt. Wenn wir schon mal... Mit so viel... Wenn nachher die ganzen Nekomenzer da sind, werden wir genug Tote haben. Needs Table. Wir haben keine Tische mehr. Das ist aber schlecht. Wir wollen ja unseren Speisesaal noch fertig machen. Aber wir können Goldtische in den Speisesaal nachher setzen. Die Idee finde ich gerade irgendwie cool. Goldtische und Goldstühle. Man kann sich kein Zwerg mehr beschweren, dass ihm der Speisesaal nicht gefallen hat. Sagt unser Fördischer Stockpile, der explodiert, ne? Wie hier eigentlich jeder Stockpile am explodieren ist. Das sind ganz Goldbarren. Hö, 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 hö. So, wupp. So, Goldbarren haben wir. So. Wir haben wieder 23 Eiler. Das heißt, ihr habt das Holz wahrscheinlich alles jetzt schon reingeholt, ne? Ja. So, Refuse Stockpile ist jetzt nicht so voll. Sieht eigentlich alles so entspannt gerade aus. Und jetzt, wenn ich das sage, weiß ich, das geht gleich wieder alles in die Hose. Das ist gerade die nächste Frage. Wir haben doch jetzt, was sagt denn jetzt unser Stock bei Plants? Haben wir jetzt endlich es geschafft, dass wir Pigtails haben? Oh, ja. Haben wir. Okay, dann heißt es UMQ. Und da brauchen wir jetzt erstmal hier, was war das? Die Scroll Rolls. Scroll Rollers. Dann halt halt so. Mach einfach nochmal 30 Stück. Dann gehen wir an unseren Quern. Achso. Mesh Plant into Slurry. Das müsste ich jetzt ja auch so geben können, ne? Mesh Plant into Slurry. Können wir ja auch 30 Mal machen. Wenn wir das dann gemacht haben. Das andere war Press Paper, ne? Irgendwie sowas. Press Plants Slurry into. Klappt das denn? O, M, Q. Press Plants Slurry into Paper Sheet. Ja, macht das auch 30 Mal. Das müsste doch jetzt vielleicht nachher genau aufgehen, oder? Dann brauchen wir noch hier Jugs. Möchte mal ein paar Jugs haben. Können wir noch Teller herstellen? Ne, schade. Nur Becher. Und dann haben wir für unsere Bibliothek doch erstmal wieder was. Ne, das ist falsch. Das Schiff L, ne? Das andere Buch haben sie auch schon wieder verloren. Das, was sie selber geschrieben hatten. So, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Was hat der für ein Problem? Schiff ein großes. Cloth, Sweat. Oh, Color. Äh, Tree, Leben. Blocks. Ja, haben wir. Bounce. Yo, Bounce haben wir auch. Das Sweat wird wahrscheinlich das Problem sein, ne? Äh, U, M, Q. Spin Sweat. Das muss erst, also erst müssen die Pflanzen doch verarbeitet werden. So, A. Und dann ist das doch Possess Plans. Na, kann ich doch auch hier. U, M, Q. Prozess Plans. Warte mal, zehn Stück. Dann müsste da doch dann, es kommt doch dann Sweat raus. Wenn ich mich nicht zu sehr irre. Ne, dann kommen, ne, das Sweat muss danach erst mal, brauchen wir einen Webstuhl, ne? Mhm. Haben wir unten. Eigentlich haben wir das alles. Ne, wenn ich nämlich jetzt dann Sweat eingebe. Spin Sweat. Können wir auch zehn sagen, oder? Funktioniert das dann? Bestimmt. Was macht unser Manager? Hallo? Manager? Du hast doch eh keinen anderen Auftrag. Du willst ja nicht trainieren. Empty Bucket. U, M, Q. Da müssen wir noch Buckets herstellen. Nicht Wunden. Machen wir die aus Eisen? Nein, die müssen wir aus Holz machen. Stell noch mehr Eimer her. Alles hinten. Ist alles kein Problem. Alles machbar. So. Das Krankenhaus sieht gut aus. Unser einer Irrer, der ist immer noch nicht zufrieden. Ich gucke jetzt gleich, was unser Manager, unser Manager, da steht doch jetzt wieder irgendwo rum. Da steht er. Und schnackt in irgendeiner dämlichen Gildenhalle mit irgendwelchen Leuten. Wenn er das nächste Mal in seinem Schreibtisch sitzt, sperre ich ihn da ein. Kann doch nicht angehen. Der Typ da oben wird gleich irre. Nein, wird er nicht. Wir haben ja einmal was hergestellt. Wir haben noch einmal was hergestellt. Dann guckt doch einer hier. Glossier Shop. Leatherwork. Wir brauchen... Da gab es doch was für... Ne, nicht OM. BW. Dann gibt es doch den Lumen, ne? Der Lumen war das, glaube ich. Den habe ich doch halt in der Mitte schon gebaut. Wenn ich richtig gucken würde. So. Lumen. A. Ne, der webt nur Klamotten. Der soll aber keine Klamotten weben. BW. Wenn es nicht der Lumen ist, der Glossier ist es auch nicht. Tenner und sowas ist es hier auch nicht. Der Farmer macht das aber nicht. Wo kommen noch mal Sweats her? Wo kommen noch mal die Sweats her? Während ich das überlege, lasse ich die schon mal weitergraben hier. Ich untergrabe jetzt hier diese ganze Ebene. Auf der Suche nach Kohle. Oh. Sweats. Das war nicht im Farmers Workshop. Den ich gerade wieder finde. Da gibt es nämlich nur, genau. Possess Plans. Genau. Das was sie machen sollen. Fertig. An der Presse und so weiter ist es auch nicht. Es muss bei einem der... Der Glossier Shop ist es auch nicht. Der macht aus den Sweats... Ne. Der Lumen macht aus dem Sweats Glas. Der Glossier macht aus dem Glas Klamotten. Was kam vor dem Lumen? Ich habe es vergessen. Queren und sowas ist es nicht. Ich habe es nicht. Na leider sieht ihr... Ne, warte ich auch nicht. Hier unten ist ja Holzverarbeitung. Ich welche dem... Ja. Quassbaus. Quassbaus haben wir. Glossier Shop. So, wir können ja mal gucken. Der macht aber nur Kloss. Und der macht halt aus dem... Ich habe das vergessen. Das ist so scheiße. Wenn man das vergessen hat. Haben wir noch irgendeinen... Gut. Den Mühlstein haben wir noch nicht. Der ist aber nicht wichtig. Das ist die... Und der Siege Operator brauchen wir nicht. Es bliebe nur noch Ashery... Und Daya's Workshop. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass einer von den beiden ist. Needs Block. Ja. Lime Milk Free Bucket. Dann wird es das wahrscheinlich nicht sein. Und was ist der Daya? So, okay. Wir brauchen Buckets. Baut jetzt einer Buckets. Weil unser... Manager möchte ja keine Aufträge verteilen. Der steht immer noch da rum. Das ist hier. Bucket. Machen wir wohl ein Bucket. Mach nochmal. Ich baue jetzt einfach diese Werkstatt. Und gucke dann, was passiert. Ist halt leider so. Wenn es mir nicht einfallen will, muss ich es ausprobieren. Dann wünschen wir manchmal sich hier so wie bei Dungeon Keepern. Was mir wirklich schön mit der Hand jetzt dem Typen einen Schlag in den Nacken geben kann, dass der mal anfängt, wieder seiner Arbeit nachzugehen. Was machst du? I learned about Pottery. It's very interesting. Ja, du mich auch. Du sollst nicht über Pottery lernen. Du sollst deine Aufträge abstempeln. Boah, das ist ja bestimmt der anstrengendste Nekomancer, den es gibt. Ich werde einen anderen Manager einstellen. Ist mir egal. Nein, der andere Manager hat aber aktuell noch kein Büro. Das hilft dem anderen also nicht. Das kriegen wir aber hin. Ne, kriegen wir nicht. Wir haben keinen Tisch. Wenn ich jetzt einfach nur da oben jetzt BB, BC, dann braucht ihr aber auch noch einen Tisch. Und den haben wir nicht. Weil das nicht abstempelt. Oh, die Toten kommen. Ähm, ähm, Moment, Leute. Die Toten sind da. Ich will nicht wissen, wie viele. Äh, wir werden erstmal jetzt... Alarm! Bobo aktivieren. Alle rein. Wer ist noch? Ist noch einer draußen. Also, ich kann ja kurz warten, während ich die Toten suche. Sind das hier die Toten? Ne, das ist Gras. Da sind sie. Goblin, Hammerman, Korps. Die Toten sind da. Schon wieder. Unser Militär will immer noch nicht arbeiten. Das ist eigentlich das Schlimmste. Das ist ein schönes Rot. Besch делают. Die Toten sind mit dir bei dem Schub.